2. Januar 2015 Eine geheime Notiz des Pentagon wurde abgefangen. Alle künftigen Invasionen werden ausgeführt von nur einem einzigen Mann. USA! Yeah! Keine Kriegsopfer mehr. Kein Kriegstrauma mehr. Keine Kriegsgefangenen mehr. Unglaublich. Ist das die große Penis-Kompetition? Ich liebe das. Ich würde Ketchup auf alles haben. Michael Moore, denn wir haben Probleme, die keine Armee lösen kann. Ich werde Ihnen sagen, aus meiner eigenen persönlichen Leben, abstinence works. Das ist was amerikanische Kinder essen für lunch. Papa, wir essen in ein Restaurant heute Abend. Wir waren, ich weiß nicht, ein paar dozen Leute hier und wir waren einfach mit der Chisel und dann bangen weg auf dieses Ding, you know.